Der hat wohl auf mich reagiert So So, nur gucken Ab 13 habt ihr gesagt, vielleicht sagt der vorher schon mal Irgendwas dazu oder so Äh Der Anzug Kommt noch, keine Sorge, der Anzug kommt Äh Wo ist meine Facecam? Er hat mich abonniert Als ob Rewi mich abonniert hat, alter Kann ich mir gar nicht vorstellen Ich weiß nicht, immer wenn ich Rewi bisher gesehen hab, war der so komisch So Der hat irgendwie so versucht, so lustig, arrogant irgendwie Zu sein, äh, ich weiß nicht Hätte nicht gedacht, dass der mich abonniert hat Noch mehr Minecraft-Pedokanäle und wem sie gehören Kann ich hier mit Pause machen? Ja, okay, sehr gut Ähm Ich bin gespannt, meine Freunde, denn Ich bin selber nicht davon Betroffen, allerdings Leute, die ich kenne Und kannte Ähm, hast du schon die Reaktion von Gewitter im Kopf Gesehen? Hab ich schon gesehen, kommt da was zu Kommt eventuell mal ein DJ-Stream Hab ich auch extrem Bock drauf Ja, aber No Jokes in dem Stream ist der 100% sympathischer Ähm, ja, also ich hab auch so überhaupt nichts gegen ihn Also ich guck jetzt seine Videos nicht, weil das einfach nicht so mein Content ist Wobei ich dieses, ich muss halt Realtalk sagen Dieses Video über die Telefonnummer, wo seine Telefonnummer gelegt worden ist Hab ich gefeiert Das fand ich wirklich richtig gut gemacht Aber das Thema hat mich auch interessiert Das war auch, äh, ja, gut gemacht Nice Jokes drin, wenn man das so sagen kann Wie so kleine Kinder geroasted werden, das guck ich mir immer gerne Ich hab auch darüber nachgemacht, äh, nachgemacht, nachgedacht Können wir machen Facecam ist ein bisschen groß Das stimmt nicht Ich bin extrem hübsch Die Facecam kann genauso groß bleiben Aber ihr habt recht Es geht ja hier Äh, scheiße, man Ich bin, ich, ich hab's einfach nicht drauf Ich hab's einfach nicht drauf Ich hab's einfach nicht drauf So, so zufriedener? Ne, ist mir zu klein Machen wir es so So ist gut Digga, meine Facecam ist größer, ne? Also Ja, ich bin ein bisschen größer als er Machen die, macht man die so klein? Keine Ahnung Schauen wir mal ganz kurz, was KuchenTV über Minecraft-Pedokanäle erzählt Es geht generell darum, dass es in Deutschland eine Menge Kanäle gibt, die Kinderfreundlichen Minecraft-Content machen Das ist vollkommen in Ordnung Wie zum Beispiel Epics dann Das ist jemand, der, ähm, einfach Videos für Kids macht Es ist aber tatsächlich so, dass es dann Kanäle wohl gibt Die das Ganze auf unnötige Art und Weise sexualisieren Und damit halt tatsächlich, ähm, Kinder baiten Deren Kanäle zu abonnieren Und damit halt unnötig viel Geld verdienen Ja, das ist eine Sache, die ich sehr kritisch beäuge Äh, beauge Sprachenlern-Bubble Ähm, die ich sehr kritisch beacht Ähm, verfickt Ich seh das sehr kritisch, ja? Ähm, so sieht's nämlich auch Ja, wie krass er einfach reinzoomt während dem Stream Das geht wahrscheinlich mit diesem Stream-Deck, ne? Das müsste ich mir auch mal einstellen, glaub ich Ähm, und ich bin der Meinung, Leute Dass das auf jeden Fall ein Ding ist, was überhaupt nicht geht, ja? Das ist Kinder-Content, der da Okay, ich hab gesagt, er roasted mich, Alter Jetzt bin ich ja mal gespannt Weil eigentlich ist er ja voll auf meiner Seite, ne? Nicht unnötigerweise sexualisiert werden, ja? Ich bin immer der Meinung, mit dem, was wir bei Who's to Daddy gemacht haben Waren wir auch schon hart an der Grenze Allerdings musste ich euch dazu auch sagen Dass ich mir bewusst bin Dass da Dinge zu weit gingen zum Teil, ja? Also Auf der anderen Seite ist das mit einem sehr, sehr hohen Ironitätslevel gewesen Und ich kann Hier und jetzt einfach mal sagen Mein Content ist absolut nicht für Kinder gehalten Und wenn ihr unter 14 Jahre seid, lasst mich in Ruhe Ich will nichts mit euch zu tun haben Äh, ich muss irgendwas mit meinem Gut, ich wollte übrigens so mal kurz gucken Was bei, äh, Epix dann so los ist Tatsächlich Ich hab den Kanal schon mal gehört Aber das sind auch so Leute Guck mal, der hat fast eine Million Abos Und ich höre Man hört so gar nichts von dem, oder? Aber wenn ich mir so die Also nur die Nur so die Thumbnails Und, äh, die Titel angucke Finde ich das tatsächlich eigentlich Ziemlich gut Also das wäre so ein Kanal Minecraft, aber Blöcke Blauen uns ab Okay Da will ich sogar reingucken Um ehrlich zu sein Also das hier sieht auf jeden Fall Gar nicht so kacke aus So vom Inhalt her Ähm Ja, finde ich auf jeden Fall Deutlich angenehmer, ne? Und vor allem auch ohne Ohne irgendwelchen sexualisierten Content Mit irgendwelchen Disney-Prinzessinnen Oder sowas Finde ich halt Also so vom Zumindest Wie das halt aussieht Auf jeden Fall schon mal Deutlich angenehmer Ja, wie gesagt Ist ja auch wie Rewe das sagt Ist ja kein Problem Kinder-Content zu machen Aber dann sollte man Das halt nicht sexualisieren 1000 Kanalpunkten machen Und was bekomme ich Als Nummer 1 Sub-Gibs und Bitch-Spender Max der Kasse Danke nochmal Für deine 500 Bits mal 2 Ich werde mir Ein extra Rang für dich Überlegen bei Twitch Dass du hier auf jeden Fall Maximal Maximal Gelobpreis wirst Danke dir Ich bedanke mich übrigens Nach der Reaction Bei den ganzen Subs eben Ja, das habe ich jetzt Leider vergessen Ich bin zu hyped Jo, Freunde Der Minecraft Dann kommen Kuren Talks mit Disney-Prinzessin Das wäre schon sehr lustig Jo, Freunde Der Minecraft-Fetische Alles klar An der Stelle mal wieder vergessen Dass ich hier mit Firefox arbeiten muss Weil das ja Mit anderen Jo, Freunde Der Minecraft-Fetische Ich habe Hä, warum muss er jetzt Mit dem anderen Browser Vor zwei Tagen Ein Video hochgeladen Wo ich bei Eiterbeule und Co Festgestellt Vor allem Digga 190.000 Aufrufe, Alter Der Not for Pern ist reich Reich Also ich muss hier an der Stelle Mal ganz so sagen Pädophiler Content Ist hier das falsche Wort Pädokanal ist auch Eine Hyperbel Die hier genutzt wird Natürlich auch im Sinne Des Clickbaits Natürlich Ähm Das heißt ja nicht Dass dieser Content Von Pädophilen Erstellt wird Dass diese Menschen Diesen Content erstellen Pädophil sind Oder Ähm Die Absicht haben Kinder damit irgendwie Zu verführen Zu verlocken Das ist ja nicht Wahr Äh Was richtig ist Ist das übersexualisierter Content Ist also übersexualisierter Kinder Content Das wäre hier tatsächlich Ähm Der richtige Term Pädokontent Sehe ich hier nicht Weil Pädophilie Also jemandem Pädophilie zu unterstellen Ist ein echt starkes Stück Und das kann man Schlecht machen Sagen Äh Eine Hyperbel Tut mir leid Zynismus Chris Nicht eine Hyperbel Kompletter Zynismus hier Ähm Ist einfach eine komplette Übertreibung Also das ist nicht richtig Ja Natürlich ist es halt Ein bisschen übertrieben Gar keine Frage Das Ding ist aber trotzdem Wenn ich ein Video mache Mit einer 14-Jährigen Übrigens haben mich da Leute Darauf hingewiesen Ähm Diese Amy Rose Die hat also die 8-Jährige Und die 12-Jährige Die haben irgendwie Verschiedene Skins Also verschiedenes Aussehen Halt irgendwie in den Serien Und tatsächlich hat glaube ich Ähm Dandy Den Skin der 8-Jährigen benutzt Und ich meine Wenn er halt Ein Video dreht Wo er quasi in das Zimmer Einer 8-Jährigen geht Die sich dann breitbeinig Aufs Bett setzt Natürlich in Minecraft Aber trotzdem Und die dann auch Kinder haben Dann kann sich ja jeder vorstellen Was da halt gelaufen sein muss Und deswegen finde ich halt Generell so dieses Dieses pädophilen Ding Nicht weit hergeholt Also klar Ich schätze auch zu 99% Dass die nicht pädophil sind Sondern dass die das halt Für die Klicks machen Und dachten Ja das ist voll gut Ähm Aber trotzdem hat das nichts Damit zu tun Dass es halt einfach Pädophile Fantasien sind Die da halt verbreitet werden So Und dass man halt Genau solche Leute Damit halt auch Gut erreichen kann Ähm Reagiert auf das Video Wo du Petri erwähnst Ja 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 weil es gut Geld anbringt Leider Und deswegen finde ich es nur fair Wenn ich diese ganzen Kanäle Einfach mal in einem Video thematisiere Damit der öffentliche Druck Hoffentlich so groß wird Dass man eben diese Art von Videos Nicht mehr macht Dieses Ja übrigens Muss ich hier auch dazu sagen Wie lang geht eigentlich die Reaction Ach sieht man nicht Ja bei YouTube gibt es immer So ein kleines Bildchen hier Naja da muss man nochmal dran Was ich aber noch sagen wollte Ähm Tatsächlich glaube ich Haben die meisten Kanäle Seitdem ich diese Videos gemacht habe Auch wirklich aufgehört Diese Videos halt zu drehen Die irgendwas so komplett sexualisiert haben Ähm Zum Beispiel Ich gucke hier mal gerade Auf dem Kanal von IT Wenn man hier zum Beispiel mal schaut Ich meine gut Ladybug Können wir Miraculous Ladybug retten In Minecraft Ähm Gucken wir mal ganz kurz durch Nur was die da halt machen Wahrscheinlich hat er genau das gemacht Was ich gesagt habe Die kommt wahrscheinlich echt in die Stadt Und dann kämpfen die gegeneinander Oder so Ja ich will es keinen Bock Hier alles zu gucken Ich skipp mir einfach die Bilder durch Und das ist meine Meinung Die ich mir bilde Ähm Gut die laufen rum Haben Items Schön Wasser Mhm Okay und wo ist jetzt Ladybug Oder der Drache Der angezeigt worden ist Hallo Da ist Ladybug Okay Die laufen Kämpfen oder so Wird der Gedingst Äh Ende Ja weiß ich nicht Ist schwierig zu sagen Aber es sieht zumindest nicht sexualisiert aus Und das ist schon mal deutlich besser Ähm Also mein Video kam genau hier Das war das Video was online war Deswegen hat das auch ein paar Dislikes Und seitdem macht er das halt zum Beispiel nicht mehr Oder halt deutlich besser Weil wie gesagt Wenn die halt so generell Ladybug nehmen Das ist aber ich da habe ich überhaupt nichts dagegen Das ist überhaupt gar kein Thema Ähm Kann man ja machen Man sollte es halt nur nicht sexualisieren so ne Finde ich ist halt viel viel besser Und äh Genau Dandy glaube ich hat tatsächlich auch aufgehört Zumindest diese Art der Videos zu machen Äh der macht generell nicht so viel Also da habe ich mein Video gemacht Irgendwann Kurz nach dem Video Ne das war glaube ich auch schon online Ja gut Das erst das Neueste Ja gut Da rufen die die an Das ist ja zumindest Wahrscheinlich jetzt nicht sexualisiert Nehme ich mal an Also wir gucken auf jeden Fall mal Wie das weiter geht Aber ich habe halt schon von zwei Leuten aus der Szene Halt auch Nachrichten bekommen Die halt meinten Jo machen wir nicht mehr Wir hören damit auf Finde ich dann gut Weißt du Dann haben die Videos auch Genau das gebracht Was die halt bringen sollten Und zwar einfach dass Äh Ja Dieser Content halt Einfach nicht noch größer wird Weil ich denke mal Die Klicks kann man auch auf andere Weise kriegen Also Dude mit Maske Also schaut auf jeden Fall mal Bei seinem Kanal vorbei Ist ganz oben Verlinkt man Widerlicher Minecraft Fetisch Ja widerlicher Minecraft Fetisch Content für Geld Eher als tatsächlich Minecraft Pedo Content Also Pedo ist hier Ey Tim Das ist komplett das falsche Wort hier an der Stelle G-Time Danke für zwei, fünf Monate Und Tisi Danke schön bei den Zappen Dandy und Iki Mega abstoßend finde Ist die Tatsache Dass sie das Ganze halt wirklich Auf ein ganz neues Level heben Darüber hinaus Darf man hier nicht vergessen Dass es sich bei den beiden Leuten Und bereits bekannte YouTuber handelt Und die halt einfach erwachsen sind Ja den kann halt Guckt er wenigstens den Part von Dude mit Maske Das fand ich ja auch bei Monster Einfach so geil Oder er überspringt halt einfach Komplett den Part von 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 Dude Und meint Ja den kann ich mir nicht geben Da hatte ich mir auch so Ja alles klar Kollege Jetzt brauchst du das Dankeschön für deinen zweiten Re-Sub Also man muss ja mal sagen Es ist ja generell nichts verwerfliches daran Als erwachsener Content Für Kinder Oder für eine jüngere Zielgruppe Zu machen Ja sonst müsste sich ja Jeder Kinderbuchautor Jeder Mensch Der beim Kinderkanal arbeitet Oder jeder Kerl Der bei SuperRTL mal moderiert hat Tatsächlich an den Kopf Und sagen Scheiße bin ich jetzt ein Pädokanal Oder bin ich jetzt ein Pädokanal Das ist ja nicht richtig Das muss man ja letztendlich mal sagen Das hab ich auch schon gesagt Wo ich ihm aber zustimme Wo er auch tatsächlich Hinkommt gleich Ist tatsächlich Dass es eine Grenze gibt Ja Digga Er kennt ja schon das Video Komm Digga Das ist ja hier Aber Revi Mach mal nicht den hier Für sexualisierter Vor allem mich würde halt Mich würde halt Meinen Realtalk interessieren Was so ein Revi von mir hält Also nicht weil mir die Meinung Von Revi so wichtig ist Aber der konnte mich ja eigentlich Ziemlich lange überhaupt nicht leiden Kam zumindest so rüber Aber ich hab generell auch So Keine Ahnung In letzter Zeit Mir folgen irgendwie Mehrere so Normale Leute Sag ich mal So YouTuber Die mich halt vorher Auch nicht mochten Mit ein, zwei Schreibe ich sogar Und mir haben auch schon So bekanntere Leute gesagt Dass die halt meine Entwicklung Sehr gut finden Und ja Deswegen würde ich einfach mal Interessieren wie so ein Revi Das sieht Ich glaube bei Hand of Blood Wäre es auch interessant Aber ich glaube Der ist immer noch ein bisschen mad Weil er dieses Mädel Nicht knallen konnte Wegen mir Ach Revi Wann gehen wir saufen Ist die Frage Alter Hätten wir auf der Gamescom Machen können Naja schade Kinder Content Das hat schon damals angefangen Mit diesem Elsa Frozen Ding Wo dann halt irgendwelche Spidermans sich in Kostüme Geschmissen haben Und gesagt haben Yo Elsa Jetzt zünd ich dir mal Richtig einen weg Hier im Hintern Das geht natürlich nicht Das ist nicht in Ordnung so Ähm Und natürlich ist es auch so Warte ich mach mal Ich schneide mal Meine Facecam Hier ein bisschen Richtig Leute Die ist ja immer Komplett falsch Der muss ja auch Red Bull hier Ding Alter Digga Wie hat der sein Sein Dings eingestellt Sein Stream Deck Also ich stelle es mal Als er das nutzt Dass er da so schnell schneiden kann Oder kennt er einfach Alle Alle Dinger Womit er Also hier Wie heißt es denn Cuts Shortcuts So Shortcuts ist das Wort Was ich gesucht habe So Und Des Weiteren Ist es ja auch so Tatsächlich Dass Nicht jeder Der diesen Content erstellt Auch gleichmäßig Sexualisiert Ja das ist ja auch Nicht so der Fall Also ich sehe das genauso kritisch Aber jetzt hier Jeden zu flamen Der Kinder Content macht Ist ja auch nicht richtig Ne Ich euch heute so ein bisschen Vortragen werde Ist der liebe Dandy Und wisst ihr eigentlich Wer Dandy eigentlich ist Ihr werdet es nicht glauben Es ist Petrit Oh shit Da war ich jetzt An der Stelle Auch nicht Drauf Vorbereitet Okay Das Das wusste ich selber nicht Das wird natürlich Jetzt nochmal ganz interessant Okay Ihr wisst schon Hä kennt er jetzt das Video Oder nicht Hä das check ich gerade nicht Er hat doch gerade gesagt Ja wo Kuchen auch noch Hinterher hinkommt Und jetzt sagt er Uh das ist Petrit Das wusste ich aber nicht so Hä Also du wusstest es ja eigentlich schon Dann wenn du das Video gesehen hast Der Typ der vor Jahren Mal Minecraft gespielt hat Ja vorhin das Bitteres auch Revi Äh nicht Revi Hier Petrit hat mir das sogar Ähm Erklärt Er erzählt Äh dass er das ist Vor allem Das Ding ist Ich war mir halt Ich sag mal mit den Beweisen Die ich gezeigt habe Bin ich mir halt so zu 99% sicher Dass er das ist Das ist ja schon alles sehr auffällig Und eigentlich die Stimme Ist schon fast 100% Aber es gibt bestimmt noch Jemand anderen auf der Welt Der so ähnlich klingt wie er Und ich hab ihn dann halt gefragt Bei Instagram Jo ich wollte mal fragen Ob du deinen Kanal Denn die ernst meinst Und diesen sexistischen Content In Ordnung findest Ähm Und er meinte so Ja ich mein das ernst Abgesehen von dem sexuellen Content Da hab ich mit anderen schon geredet Wir machen das nicht mehr Und äh Ja das hab ich aber Wollte ich aber nicht im Video so zeigen Weil ich jetzt sagte Ja gut das hat er mir privat geschrieben Ich werde jetzt nicht wieder Privatnachrichten irgendwie leaken Oder sowas Das wäre natürlich nochmal Der Bombenbeweis Aber ich glaube auch Also Dandy Dandy hat ja auch nichts dagegen gesagt Und Petrit auch nicht Deswegen ist ja das irgendwie Auch schon dann der Beweis Und der letztes Jahr im Gespräch war Weil er seinen Fortnite-Bahn gefakt hat Und der immer bei Craft Attack Mein Haus kaputt macht Das ist der Aber Kuchen Wie kommst du da überhaupt drauf Naja also erstmal erkennt man das Ist halt mega an der Stimme Ich mein natürlich verstellt er die so ein bisschen Aber die Klangfarbe Die Betonung Und auch allgemein Wie er Worte ausspricht Und alles drumherum Ist halt wirklich Eins zu eins Hab mich immer gefragt Wovon Petrit lebt Das weiß ich Genau wie bei Petrit Das könnte ja Hat Revi noch Kontakt mit Petrit Ich dachte die wären cool Ich bin da leider so gar nicht drin Aber die haben beide Minecraft gespielt Eigentlich sind so alle Minecraft-Spieler Untereinander cool oder nicht Einfach vergleichen Außerdem haben mir schon mehrere Leute In der Szene gesagt Dass es sich bei diesem Kanal Um Petrit handelt Ein weiteres Indiz Aber natürlich überhaupt kein Beweis Das will ich hier einfach nochmal dazu erwähnen Ist natürlich allgemein die Tatsache Dass Patrick im Grunde eigentlich Patrick oder Alles macht um irgendwie Eine Reichweite zu bekommen Also von daher wäre so ein Kanal Bei ihm Nicht mal wirklich Vault Unterstellung Kuchen könnte man die jetzt Genauso unterstellen Kann man jedem YouTuber stellen Alles zu machen für Reichweite Schwierig Naja aber ich sag mal Es ist ja schon ein Unterschied Ob du halt vielleicht Ein Kernung Jetzt zum Beispiel Pädokanal Okay Sagen wir mal Alles klar Hätte ich nicht machen sollen Ist vielleicht ein bisschen Clickbaity Jetzt nur mal angenommen Ja nicht dass ich das so sehe Aber nur mal angenommen Dann wäre es vielleicht Ein bisschen Clickbait Okay Aber was macht denn Patrick Zum Beispiel Petrit Mann ich sag mal Patrick irgendwie Patrick Ja irgendwie das Hinten irgendwie Den Das letzte Wort Kriege ich noch nicht so ganz hin Petrit Faked halt einfach Zum Beispiel sein Fortnite Band Weil er halt weiß Dass sowas halt Eine Riesenaufmerksamkeit bekommt Wenn er da gesperrt wird So Also ich finde Das ist vom Level her Einfach nochmal Was ganz anderes So Dann kann man ebenfalls Als Indiz nehmen Das er auch schon vor ein paar Monaten Videos gemeinsam mit Alphastein gemacht hat Und Alphastein ist Gut Alphastein und Patrick Kennen sich ja Ist ja halt komplett In dieser Szene drin Das heißt Dieser Sprung Ebenfalls solche Videos Zu machen Ist natürlich viel näher Wenn man mit Leuten Befreundet ist Die ebenfalls Einer bestimmten Szene Angehören Meine Kamera wackelt Irgendwie so ein bisschen Ich weiß gar nicht warum Ich meine es ist Wackelt der Boden Ist der Boden aus Gummi Aber der wohl beste Und auch ein so dummer Beweis Ist halt einfach die Tatsache Dass Petrit bei ihm In den Kommentaren Geblacklistet ist Ich hab mal bei ihm In den Kommentaren nachgeguckt Ob auch andere Minecraft Let's Player Auf der Blacklist stehen Ich habe einfach mal Mr. Morgame Rotpilz Paluten Zombie Ja vor allem auch richtig bitter Da ärgere ich mich auch wieder drüber Wirklich Ich hasse mich Halt einfach selber Das Ding ist Ich hab das Ja getestet Sonst hätte ich das ja nicht In Skript geschrieben Und ich hab's mir halt Ich hab irgendwie das Gescreenshottet Aber dann den anderen Screenshot zum Vergleichen Einfach nicht Also ihr seht jetzt quasi Einfach nur Also das ist jetzt bei der Dings Ihr seht ja aber gar nicht Alle Kommentare Die ich geschrieben hab Sondern irgendwie nur zwei Stück Die online sind Von diesem Von KuchenTV noch Und man sieht auch gar nicht Ob da drunter noch irgendwas ist Das ist halt richtig behindert Und dann wollte ich das Dann hab ich halt das Skript aufgenommen Hab das Video halt geschnitten Und wollte das halt testen Und Petrit hat dann Bis dahin Seinen Namen wieder Von der Blacklist runtergenommen Der hat das von der Blacklist runtergenommen Und er hat ein Thumbnail geändert Weil ich das vorher Nicht gespeichert hab Digga ihr wisst gar nicht Wie sehr es mich triggert Dass ich einfach Nicht mal vernünftig Meine Beweise Vorher sammeln kann Weißt du vor allem Ich mein Ich schreib ja Petrit Sogar noch Ob er das ernst meint Er kann ja fast schon Davon ausgehen Dass ich da ein Video Zumache Ist doch klar Dass er dann versucht Solche Sachen irgendwie Ja rund Oder wegzumachen Dass ich da keine Beweise für hab Und ich sag mir das irgendwie Ich sag mir das jedes Mal wieder Speicher dir die Beweise vorher Ich mach's nie Wirklich Ich mach das nie Digga Das ist halt Das ist so dumm Alter Warg auf Phoenix eingegeben Und Mr. Morgame Komischerweise kann man die Kommentare Alle sehen Aber sobald da Petrit drinsteht Ist der Kommentar weg Hm das ist ja ein ganz schöner Zufall Dass nur dieser eine Name Auf der Blacklist steht Aber Vielleicht ist es gar nicht Petrit Und der Typ Möchte sich davon distanzieren I don't know Also wenn es wirklich Petrit ist Dann bin ich auch überrascht Tatsächlich an der Stelle Auch jetzt nicht mehr so viel Mit ihm zu tun gehabt Ja gut Das ist halt Das ist halt das Bittere Weil er hat es mir halt privat gesagt Also ich mein ich könnte Vielleicht hätte ich jetzt einfach einblenden sollen Oder so Ich weiß nicht Aber Wäre das schon wieder so hinterrückst Ich weiß nicht Digga Wäre das so schlimm gewesen Hm In letzter Zeit immer nur gesehen Dass er auf Instagram Im Gartengym hängt Und vielleicht mag denn die Petrit auch einfach nicht Und hat gar keinen Bock Dass irgendjemand Seinen Namen in seiner Gegenwart benutzt Aber Was für Konten macht dieser Patrick eigentlich Naja Petrit Nicht Patrick Alter What the fuck Im Grunde halt genau das gleiche wie IT Angefangen hat er ebenfalls mit Amy Rose Videos Zum Beispiel Amy Rose möchte Babys mit mir machen Ja doch Wahrscheinlich möchte eine 8 Beziehungsweise 12 jährige Babys mit dir machen Ziemlich realistisch Wer ist Amy Rose Und Warum ist die 8 Ich bin raus Das Ganze geht dann auch Ja das habe ich mir übrigens auch am Ende so gedacht Dass es von dem Video her eigentlich voll doof ist Das habe ich auch bei der Monster Reaction mir schon gedacht Ich habe halt extra voll viele Informationen rausgelassen Die ich schon im ersten Video drin hatte Weil ich das natürlich für meine Community mache Und ich denke mal die meisten Leute haben ja das erste Video schon gesehen Deswegen habe ich auch Dude mit Maske gesagt Yo halt dich halt kurz Weil sich das ja halt immer wieder überschneidet Was man sonst da sagt Aber ich glaube man hätte tatsächlich wenigstens noch mal ganz kurz in dem Video sagen können Yo hier Amy Rose die kommt daher Das ist ihr originales Alter Aber gar nicht jetzt so groß lang ziehen mit einer Minute oder so Sondern einfach nur kurz sagen Yo das sind die Informationen Weil sonst Das ist halt das Ding Wenn du dir das erste Video halt nicht angeguckt hast Und du guckst einfach das zweite Da fehlen halt voll viele wichtige Informationen Das habe ich irgendwie Habe ich vergessen Weil die Videos kamen halt auch noch direkt hintereinander Weißt du Deswegen wollte ich jetzt nicht Dass sich so viel halt doppelt Im Endeffekt hätte man das auch als ein Video hochladen können Weiter mit Ich operiere Elsass Po Vorhin da habe ich auch einfach vergessen zu Zu ercroppen Alter Props an mich auf jeden Fall Minecraft Perfekt Warum nicht Oder auch Ich spiele neues Disney Tinder Und nicht Disney Tinder in Minecraft What the fuck Nicht zu vergessen Wir klauen Miraculous Ladybug Das ist einfach gar nicht drin Sehr gut Hä Ach ne das kommt jetzt oder Die gleiche Pose wie auch im IT Video Nur dass die Akteure hier die Unterwäsche schon direkt in der Hand haben Und wenn man die Pose von Ladybug anschaut Und die ja gerade wirklich erschrocken Ja das habe ich mir auch nicht gespeichert Wie gesagt das rieche ich bitte Jetzt kann ich zwar behaupten Aber ob das stimmt Weiß eigentlich keiner von euch Ich habe auch überlegt Haben wir uns das mal im Stream angeguckt oder so Aber eigentlich nicht Ich glaube auf Dandy waren wir tatsächlich noch nie Oh nein Digga scheiße Oh Dude mit Maske hat doch ein Video drüber gemacht Ne Digga warte jetzt will ich es mir aber selbst beweisen Scheiße das ist doch bei Dude mit Maske im Video mit drin oder Oh bin ich dumm Digga Nein oder Wir gucken Er war hundertprozentig Der hat das hundertprozentig drin Ist das hier der Miniplayer Och Digga nein Nein das feiert niemand Oh scheiße Alter Vielleicht hat er sogar das Thumbnail hier so gezeigt Oh das wäre richtig bitter man Äh Sieht mal gut das erstmal der andere Kanal Er kommt glaube ich erst später zu Dandy ne Junge ey Diese Thumbnails man Äh das ist noch Icky Ich glaube der andere kommt erst am Ende oder Icky und Dandy Das ist alles noch Dings glaube ich Äh das ist der Shop Das ist Dings glaube ich jetzt Äh Oh Mann Scheiße ey Da ist es Sogar vor zwölf Stunden ey Wie kann man da nicht drauf kommen Alter Ja das ist die Thumbnails generell halt noch viel viel schlimmer Die hätte man alle eigentlich reinnehmen können Scheiße Digga der hat voll viel umgeändert Warte mal jetzt Ich will das mal jetzt kurz vergleichen Alter Ich glaube der hat vor meinem Video halt original den kompletten Kanal umgestellt Und ich habe da irgendwie nicht so ganz drauf geachtet gehabt Digga wie viel Potenzial kann man denn liegen lassen Digga Das triggert mich ja gerade des Todes Alter Warte ich gehe kurz auf meinen Kanal Ich suche mal kurz die Stelle Ich habe ja irgendwo seinen Kanal eingeblendet Äh Kam der schon? Der Kanal ich weiß gar nicht Habt ihr den schon gesehen im Video Ich weiß nicht wo das war Digga Was soll denn das Alter So Ähm Ah hier Perfekt Digga 53 Ist es überhaupt Dandy? Oder ist es die andere? Ja es ist Dandy Mal gucken Der hat ja Entweder die hat Videos gelöscht Warte mal Wo ist denn das? Hier da Ähm Ja das hat der geändert Und Ne das Amy Roasting hat er sogar so gelassen Oh Und dieses ich operiere Dings Ach da das auch gleich Gut er hat aber zwei Thumbnails geändert Das hätte man auch noch mit reinnehmen können Jetzt hat er Angst irgendwie geroastet zu werden Naja Reis Digga Also das ist ja mal eine ganz gute Nummer Junge Kann man davon ausgehen Dass sie ihr die Unterwäsche geklaut haben Die sie gerade an hatte Versucht bei einer 14-jährigen Unterwäsche zu Ja es halt Ja das ist halt generell Das ist bei mir halt irgendwie so Ich meine zum Beispiel Ich habe ja auch einen Cutter Ne Also Marcel halt Und der cuttet aber so gut wie nichts Das letzte Video Was der gecuttet hat War das CDU Video Aber das ist schon zwei Monate her oder so Das kam ja erst jetzt Und ich weiß gar nicht Ansonsten glaube ich Von den letzten Videos tatsächlich gar keins Muss ich mal nachgucken Und ähm Ich denke mir auch immer schon Während ich das Skript schreibe Ich recherchiere ja währenddessen Oder such Sachen raus ETC Gucke halt Sachen nach Ich denke mir halt jedes Mal so Ey screenshotet doch direkt alles Was er einblenden soll Dann hast du das doch Ich schicke ihm gar nichts Und beschwer mich hinterher Dass er nichts einblendet So Und ach Das ist behindert Was ist Miraculous Ladybug Junge Chat Könnt ihr mich vielleicht kurz aufklären Um Was ist das Ich will erstmal gucken Was das überhaupt ist Wartet mal ganz kurz Äh So Aber krass Irgendwie kennt die jeder Ich kannte die auch nicht Tyrakulus Vor der Schwester von Gina Ladybug Die verrücktesten Wettbewerbe der Welt Alles klar Bruder Ich bin Marinette Gut bevor das jetzt gesperrt wird Äh Wegen Copyright Paar Tick so Dankeschön für deinen Sub Und natürlich auch Das gute Warte 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 Hat der jetzt was übersprungen Ich will schon alles sehen Was er sagt Das ist halt Das ist halt Miraculous Ladybug Weil ich muss sogar sagen Ich find die Serie eigentlich Gar nicht mal so kacke Tatsächlich Muss ich zugeben Ähm Ich hab ja ein paar Folgen gesehen Also für Kinder auf jeden Fall Schon ziemlich cool Kann man sich angucken Aber was mich halt mega triggert Ähm Dieser Cat Noir ist ja Ist ja quasi so Mit ihr Mitbewerber so Und Diese beiden Charaktere Sind ohne die Verkleidung ineinander verliebt Und mit der Verkleidung auch Aber sie wissen halt nicht Dass sie es sind So Irgendwie richtig komisch Und deswegen kommen die halt Auch nie zusammen Irgendwie während der gesamten Serie Sondern das quasi so Dieser Joke So ich liebe sie voll Aber ich weiß nicht Ob ich sie fragen soll Und äh Und Digga Das triggert mich halt Ungemein Digga Junge sag ihr Dass du dir ficken willst Und gut ist Was sollen die Scheiße Alter Boah das Das nervt mich Äh Und auch generell Es wird halt kein Ende geben Das ist so ein Endlust Ding Ich feiere Sendungen eigentlich mehr Die so ein Ende haben Also ich sag mal Ich sag mal jetzt bei Bei Ladybug geht's ja wirklich darum Die bekämpft ja jemanden Irgendwie ne Diesen komischen Bösewicht Der immer irgendwelche Komischen Fledermäuse Oder Vögel In irgendwen reinjagt Der dann irgendwie böse ist Oder so Und äh Den kann man ja irgendwann mal schnappen Weißt du Weil so Wochenendkits oder so Ist das egal Das muss nicht zusammenhängend sein Weil die erleben halt einfach Wochenenden so Da ändert sich ja nicht viel Die müssen nicht zusammenhängend sein Also wenn man dafür nicht in den Knast kommt Dann weiß ich nicht was ihr gemacht habt Kommt ja drauf an Vielleicht darf man in Frankreich Nach 14-Jährigen die Unterhose klauen Ne Und natürlich auch das gute alte Cat Noir erwischt Ladybug Und nicht beim Date Wer ist jetzt Cat Noir Ist das eine aus diesem Universum Von Mikro Raku Das Ladybug Oder hat die auch eine eigene Serie Das erklär ich sogar Ein paar Ticks So Dankeschön bei deinem Sub Ein Date mit einer 14-Jährigen Ah ja Der böse Wicht ist der Vater von Cat Noir Alter Digga Weißt der das? Wahrscheinlich nicht oder? In den Videos gibt es Das ist Marvel für Kinder Okay Gut Die kommt also aus dem selben Universum Seltsam dass ihr das alle wieder wisst In meinem Chat Vielleicht seid ihr doch alle 14 Falls ja Verlass diesen Chat sofort Dazu einige kritische Aussagen Gucken wir dazu einfach mal In Amy Rose möchte unbedingt Babys mit mir rein Unbedingt Mein Traum war die süße Amy Rose Die aus Sonic Digga man hört doch auch Mega dass das Petrit ist Also sorry Die pinke Du weißt was ich meine Ah ja ich sprach viel ja Ich glaub das ist wirklich Petrit Scheiße Ja genau die ist echt süß Leute Die süße Amy Rose Du weißt dass die 12 ist Und ein Igel oder? Also Und ein Igel Ich weiß nicht was das für ein komischer Fetisch sein soll Dass man auf minderjährige Tiere steht Scheiße man hätte ich das gewusst Hätte ich mir das natürlich nicht reingezogen Jetzt bin ich hier drin Leute Jetzt müssen wir durchziehen Aber da bin ich wirklich raus Und ich bin bei wirklich Film dabei Das Video geht Moment mal Also die beiden spielen ja auch Kinder Die beiden spielen ja selber wahrscheinlich 14-Jährige Gut aber Ich sag mal Das macht sie eigentlich noch ekelhafter Oder? Ist trotzdem schwierig ne? Ich hab mir auch schon so gedacht Wo ich das Video gemacht habe Naja die spielen ja eigentlich Kindercharaktere Aber ich find das ja eigentlich Also Ja genau so Eigentlich Ich mein klar Wenn jetzt ein 14-Jähriger mit einer 12-Jährigen schläft Würde im Real Life wahrscheinlich niemand irgendwas sagen Aber dadurch dass das halt erstmal Erwachsene nachspielen Und die ja auch Kinder kriegen und so Ist es ja im Endeffekt dann halt trotzdem das gleiche So finde ich Macht dann in dem Fall halt keinen großen Unterschied Alles was ich halt darüber sage Könnte man genauso drauf beziehen Wenn die Kinder spielen Gucken so weiter Dass sie halt mega lange darüber reden Dass er ja so verliebt ist Und oh Er will sie küssen Dann besorgt er ihr Blut Gut sachlich vorgetragen ist das jetzt an der Stelle hier auch nicht Das ist schon ziemlich salzig von Tim Blumen geht durch ein Portal und kommt in ihr Zimmer Ziemlich weird eigentlich Und dann kommt so ne Aussage hier So guck Okay warte Die hatte was Amy Rose Ich weiß gar nicht Ich weiß jetzt gar nicht wie ich das nachgucken soll Alter Amy Rose H8 Keine Ahnung Wenn ich das eingebe Kommen da irgendwelche Bilder vielleicht Die hat nämlich Die hat nämlich zwei Stück Ich weiß immer nicht was man zeigen kann bei Google Ich hab immer Angst dass ihr irgendwelche Infos über mich habt Wenn ich da irgendwas zeige was man nicht sehen darf Hier bin ich aber nicht angemeldet Steht irgendwas mit Pornos oder so Ich glaub nicht ne Oder Ne Okay egal Scheiß drauf Digga No risk no fun So guck mal hier Da Ah Digga hier steht's sogar Guck mal genau Das ist die Das ist die Achtjährige Und die hat das hier an Die Zwölf Das hier Es gibt anscheinend auch ne 18 Und ne 16 Und 26 Jährige Also man hätte das einfach mal ganz kurz bei Google eingeben können Amy Rose Ray H8 Gut Das wäre komisch das so einzugehen Aber vielleicht ohne 8 Wäre das easy gegangen auf jeden Fall Und Genau Hier gibt's halt Ja aber Das ist natürlich Achso das Fanmade Okay die gibt's nicht Aber die beiden gibt's auf jeden Fall Und Die sind wohl auch genauso angezogen Nehme ich jetzt einfach als Beweis Ich weiß nicht ob das halt so stimmt Aber Das hier auf jeden Fall Und Genau Jetzt gehen wir mal hier ganz kurz zurück Man hat's aber schon gesehen Aber ich will's euch nochmal zeigen 24 Ist immer so schwierig hier Gehen wir mal hier zurück Und dann kommt so ne Aussage hier Ja gut Okay und da sieht man auch Dass die was Grünes anhat Also die haben halt sogar Die 8-Jährige halt einfach genommen Ja das Digga Ob das Digga Seid ihr irgendwie behindert Es gibt auch so genug Normale Dinger Wo die dieses Outfit haben Die hat zwei Outfits man Die hat zwei Outfits Das hat irgendwer nachgezeichnet Ja Aber das ist vom Original gedings Kann dir einen besseren Beweis zeigen Boah dann hau raus alter Aber halt Ja das heißt Die haben sogar die 8-Jährige Version genommen Und nicht die 12-Jährige Ob 8 oder 12 Wen juckt's Digga sich Genauso ist eigentlich das gleiche Und ich dachte schon Alter Info Sonic Oh ist das jetzt ein Warum will der eine Exe runterladen Genau Hier da gehe ich wieder auf meine Kognito Tab Ding Ich habe trotzdem immer Angst Irgendwie Und die 8-Jährige sieht halt so aus Und die 12-Jährige so Das heißt Die haben halt einfach auch noch die 8-Jährige genommen Das habe ich leider auch im Video Ob ich da nicht draufgegangen Ich bin nicht in diesem Universum drin Ich wusste nicht Dass sie was anderes anhat Hätte mal recherchieren können Aber ich bin kein Partner Digga Ich mache mir die Arbeit nicht Mit Reef Minecraft-Spiel Das ist absolut Unangenehm Ah ja Also die 12-Jährige möchte Dass du direkt zu ihr Ins Bett kommst Habe ich das gerade richtig verstanden? Nein Die sitzt im Bett Und sie hat gesagt Komm doch rüber Sie hat nicht gesagt Komm ins Bett Und missbrauch mich Das hat die nicht gesagt Tim Du interpretierst ja auch Ein bisschen was über Glaube ich Also wenn ich durchs Fenster Naja Ich meine Das Video heißt Amy Rose möchte Babys mit mir Und dann sagt die Ja komm doch rüber Da in das Zimmer Einer 12-Jährigen komme Dann wird eigentlich meistens Er die Polizei gerufen Und die läuft weg Sie Ach du Scheiße Ruft ihn dann Er setzt sich dann dahin Dann küsst sie ihn Dann geht er erstmal schüchtern weg Läuft ein bisschen rum Und dann sieht man diese Pose hier Ich Jetzt ist aber auch mal Also ich meine Wenn der Typ jetzt ja auch 12 ist Den er spielt Ich bin einfach nur sprachlos Ich kann das Das ist Ich glaube dazu muss ich halt Nicht mehr so viel sagen Was sagt eigentlich der Chat so dazu Das würde euch eigentlich mal interessieren Äh Tja Weil ihr geht ein bisschen mehr im Chat ab Könnt ihr nicht auch mal so abgehen Alter was ist denn mit euch Sag mal alle so Hey what the fuck So hey Was geht ab Krass Petrit Oder Am Ende des Videos Haben die beiden dann sogar wirklich ein Kind Also ich meine Da liegt so eine Schildkröte am Boden Das ist jetzt natürlich in Minecraft halt nur dargestellt Aber du hast quasi gerade ein Kind mit einer 12-Jährigen gemacht Bitte Scheiße mein Trinken ist alle Ich verstehe was er daran kritisiert Dass das falsch ist Die Frage ist halt Ich kenne das Originalvideo jetzt nicht Inwiefern das ausgeschmückt und ausgeführt ist Wie übersexualisiert das natürlich jetzt ist Das ist ja sehr viel Fiktion Und die Frage ist ja auch Ob in diesem Universum Wo das ganze Spiel Ja Boah das ist wirklich schwierig Ich verstehe voll Ich verstehe voll sein Voll sein Sein Punkt Auf der anderen Seite Ja okay Leute Ihr könnt aufhören übrigens Alles gut Auf der anderen Seite Bin ich halt gerade im Überlegen Danke Ja Nee Es ist schon verwerflich Weil das Kind Was halt nicht Was es sich halt anschaut Dass der Zuschauer Wahrscheinlich 8, 9, 7 ist Oder sowas Der wird es nicht differenzieren können Ja ich meine Ich finde es aber auch Ich meine selbst Wenn er jetzt sagt Okay er spielt halt einen 12-Jährigen Dann Wie soll ich sagen Er spielt ja dann trotzdem irgendwie Äh Ja okay Der Chat ist halt tot heute Macht weiter Vielleicht kommt man so auf die Startseite Weil die denken so Was geht im Chat Keine Ahnung Nein hört auf Bevor ich noch gebannt werde War ich irgendwie Äh Ich habe gesagt hört auf Ihr könnt ja machen was ihr wollt Ähm genau Ich finde aber selbst wenn das eine 12-Jährige Das passt der Punkt ja trotzdem Ich meine Es ist halt einfach Fakt Dass Pädophile Müssen nicht unbedingt Was sehen So die müssen sich nicht Zumindest habe ich das gelesen Bei denen Ich habe ja schon Videos über Pädophile gemacht Die müssen das halt nicht mitkriegen Sondern es reicht halt schon Zum Beispiel Wenn die Geschichten darüber lesen Teilweise Oder wenn die halt Ähm Ja auch sowas halt leicht Nachgespielt bekommen Oder so Ja ich meine richtig viele Also man Viele Pädophile gucken sich auch Irgendwelche Videos mit Kindern Auf YouTube an Ich meine da passiert ja auch Nichts Sexuelles Die stellen sich das dann halt Einfach vor Und da wird halt dann Könnte ich mir vorstellen Da so ein bisschen die Geschichte Vorgegeben Spreche aus Erfahrung Bruder bei mir ist das 1, 2, 1, 2 Alter Wie alt jetzt wirklich Da wer ist Das ist schon Das ist schon sehr kritisch Da hat er schon recht Ja Es ist ja natürlich Sehr sehr überdramatisiert Dargestellt Dass der das Pädophil Zu bezeichnen Und nochmal Ist nicht das richtige Wort hier Aber Ähm Ich verstehe voll den Punkt Doch doch Beziehungsweise 8-Jährigen Ich meine Merkt man da nicht selber So ein bisschen Oh Digga Das ist schon sehr grenzwertig Was ich da mache Denkt man da Nicht eine Sekunde Irgendwie drüber nach Oder so Oder auch Wir klauen Miraculous Ladybugs Unterwäsche Sie laufen Warum klauen die denn Die Unterwäsche Das macht ja gar keinen Sinn Von dem Haus von Ladybug Dann brechen sie da ein Sie duscht halt zufällig Nein alles gut Sie gehen nicht in die Dusche Das habe ich auch erst gedacht Sie durchwühlen halt quasi Ihren Kleiderschrank Nehmen halt die Unterwäsche mit Gehen wieder raus Und dann hört man von draußen Die Ladybug In richtig schlecht verstellter Stimme Sagt Oh wo ist denn meine Unterwäsche Wie krank ist das halt eigentlich Also ich meine natürlich Es ist Minecraft Gar keine Frage Aber was wird hier gerade Bildlich dargestellt Naja den Einbruch In das Haus einer 14-Jährigen Klar das könnte Also ich meine So ich habe auch Damals Evive mit einer Minigun Der mein siebenjähriger Sohn Ist ins Gesicht geschossen Aber das war halt Absolut kein Kinder-Content Das ist schon glaube ich Ein Unterschied oder Oder was sagt ihr dazu Chat Also ich meine Das ist ja schon Das targetiert hier Direkt an Kinder Ich targetiere mit meinem Content Tatsächlich Äh Ältere Aber er kriegt irgendwie Nur Kinder Ähm Ich Also ich targetiere mit meinem Content 16-Jährige Die aber zurückgeblieben sind Und so als Im Kopf sind Wie ein siebenjähriger Das ist was anderes oder Ja ihr sagt auch Das ist ein Unterschied Gut Also ähm Weil ich auch weiß Was das KuchenTV Damals gesagt hatte Dass er sich so Das sogar reingezogen hatte Ähm Who's your daddy Um ihre Unterwäsche zu klauen Und doch Pädophilen reicht so was halt auch Wo habe ich das denn gesagt Auch wahrscheinlich in Minecraft zu sehen Das ist jetzt auch wieder Das geht jetzt schon ein bisschen Das ist jetzt ein Stück weit vom Investigativen weg Also das ist schon Schon jetzt nicht unbedingt die richtige Schlussfolgerung daraus Denk mal das siehst du auch Ein Mädel zu klären Was bereits einen Freund hat Was ja für viele Typen nochmal so Der Overload ist Irgendwelche Zu klären Weil die halt mit jedem ins Bett gehen Was anderes kann ich mir Ehrlich gesagt gar nicht vorstellen Weil Doch es geht da glaube ich einfach nur um Geld Es geht einfach Nur um Geld Ich glaube der will damit einfach Geld machen Weil es Geld bringt Und ich glaube nicht dass er sagt Geil ich habe mir den Minecraft angeklärt Das mache nämlich nur ich bei Reef Nice Die ist übrigens über 18 Alles cool Ja aber da kann ich seinen Punkt Auf jeden Fall so ein bisschen verstehen Dass man sagt Okay das ist halt mega weit hergeholt Ähm Ich meine keine Ahnung Natürlich geht es denen halt irgendwo um Klicks Aber man muss auch trotzdem Auch mal darüber nachdenken Okay Was stelle ich eigentlich gerade dar Wie ist der Inhalt Und wie kommt das rüber Und ich finde schon Dass man zumindest die These ausstellen könnte Dass es vielleicht tatsächlich daran liegt Dass er halt vielleicht einfach nicht gut bei Frauen ankommt Und so es gibt viele kranke Leute Die halt nicht es hinkriegen Das andere Geschlecht zu klären Und sich dann halt irgendwie ins Internet Oder sonst irgendwas flüchten Und ja versuchen quasi da so mehr oder weniger Eine Beziehung aufzubauen Es gibt bestimmt schon Leute Die in WoW Sex hatten Das will ich dazu sagen Also ich weiß nicht Klar Das ist halt so die These Die ich einfach mal ausstellen wollte Ich habe die jetzt ja auch nicht So lange in dem Video gehabt Das ist jetzt auch nicht der Hauptpunkt Aber trotzdem finde ich halt so ein Video Irgendwie komisch einfach Das Video hat halt überhaupt keinen Inhalt Und gar keine Aussage Also was möchtest du mit diesem Werk erreichen Was sollen die Zuschauer da mitnehmen Wie ich halt auch schon im Video Zu IT gesagt habe Ist das halt einfach sexualisierter Content Mit minderjährigen Charakteren Natürlich ist das Ganze Minecraft Du hast Brotwurst in jeder Folge Äh auch weg und fertig gemacht Ja aber Brotwurst ist ein Kerl Der 23 ist Das ist ein großer Unterschied Und das ist ein Unterschied doch Ich muss hier nochmal deutlich sagen Es gibt keine expliziten Sexuellen Handlungen mit den Figuren Das ist ein wichtiger Fact Und ein wichtiger Unterschied Aber alleine was hier bildlich dargestellt wird Geht meiner Meinung nach halt einfach deutlich zu weit Ich weiß halt auch nicht was daran lustig sein soll Weil man im Video zeigt Dass man mit einer 12 jährigen Kinder gemacht hat Also ich gette den Joke halt ehrlich gesagt nicht so ganz Will man hier vielleicht einfach wirklich Seine sexuellen Fantasien Alter das ist wirklich jetzt sehr 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 weit hergeholt Jemanden dafür zu fronten Ich habe extra vielleicht gesagt Das muss man als Verteidigung zählen lassen Nur glaube ich weil es funktioniert Weil es läuft Weil es Klicks sieht Aber dafür dass er gemeint hat Dass er mich so krass roastet Eigentlich ja nicht Also er stimmt mir ja in vielen zu Er sagt halt nur bei zwei Punkten Okay ist ein bisschen übertrieben Ich meine solange diese sexuellen Handlungen Nicht wirklich eindeutig dargestellt werden Nochmal ich will Patrick hier nicht verteidigen Nur weil ich ihn kenne Ich kritisiere das genauso Und beäuge das genauso kritisch Aber zu sagen dass man jetzt hier das macht Nur weil man eventuell diese Fantasien hat Digga das ist wirklich Also das ist eine Unterstellung Die fühle ich gar nicht man Das ist ein bisschen zu weit Das ist rein argumentiv sehr sehr dünn Tim Ausleben ohne dafür rechtlich belangt zu werden Und gleichzeitig noch ein bisschen Geld scheffeln Ich meine ich kann es mir halt Realtalk einfach nicht anders erklären Ich glaube es geht hier einfach nur ums Geld Ich glaube es geht einfach darum Das bringt mir Geld Aber ich meine keine Ahnung Andere Dinge bringen doch aber auch Geld so Also man hätte doch auch ähnlichen Content machen können Ohne dieses sexuelle Und würde wahrscheinlich halt genauso viel Geld machen Da verstehe ich halt nicht Warum man dann zwangsweise dieses sexuelle macht Was ich mir auch noch vorstellen kann Ist dass so Leute wie Patrick einfach unglaublich dumm sind Und gar nicht über ihr Handeln nachdenken Das könnte ich auch noch zählen lassen Ach das Also ich glaube nicht dass jeder der sowas macht Einfach gleich gleich automatisch pädophiliert Das ist eine so krasse Unterstellung Mit der man sehr 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 vorsichtig sein muss Alter Das kann man nicht einfach droppen sowas Das geht nicht Also das ist Das ist ja nicht so als gäbe Beweise dafür Es gibt ja keine Beweise Wie bei Jorgen Als ob jeder auf ein Video reagiert hat Irgendwelche Fantasien hingehend dessen haben Oder Chats mit Minderjährigen Blablabla Gibt es alles nicht Wisst ihr was ich meine Also das ist schon Ich verstehe dass das kritisierbar ist Und dass es da auf jeden Fall Eine moralische Grenze gibt Die überschritten wird Aber zu sagen dass diese Leute jetzt Diese sexuelle Fantasie haben Na hell no Denn jeder der da 5 Sekunden drüber nachdenkt Der muss doch selber zu dem Entschluss kommen Alter Das ist ja ein gefundenes Fressen für Pädophile Als ob sich ein pädophiler Minecraft Content reinzieht Und sagt Da sind doch sogar Pädophile in den Kommentaren Das sieht man sogar nachher noch mit Dude mit Maske Da waren auch anscheinend noch andere Geil Und vielleicht selber diese Fantasie haben Mit dieser Figur etwas zu machen Wisst ihr was ich meine Das ist targetiert auf Kinder Und das ist nicht richtig Dass diese Handlung so dargestellt wird Also selbst wenn es nicht explizit passiert Ist es irgendwie Teil des Ganzen Ja Aber Ich hab keine Kommentare gespeichert Vielleicht Dude mit Maske Das weiß ich nicht Stellen dass diese Leute halt automatisch selber Diese Fantasie haben Ne alter Also es tut mir leid Das teile ich nicht Da hab ich gar keinen Bock drauf Sowas zu machen Und wie ich schon im letzten Video gesagt habe Sind diese Minecraft Videos Generell mit der Aufmachung Und natürlich auch mit den Charakteren Offensichtlich für Kinder gemacht Für Kinder im Alter von 6 bis wahrscheinlich Aber wenn man so Fantasien hat Warum sollte man das Video aus Hochladen Und sollte Fantasien dann Sich damit verdächtig machen Ja eben das meine ich halt Also das macht keinen Sinn Es geht Wirklich da Nur einfach um die Kohle Das ist simpler Content Den man ein bisschen machen kann Naja ich meine Ich denke schon Dass es auch Leute gibt Die das dann trotzdem irgendwie so ausleben möchten Ich meine wie gesagt Habe ich ja nur vielleicht gesagt Weil Wie Ich habe es ja eben schon gesagt Also bei mir ist es einfach so Ich kann es mir halt Natürlich denke auch Dass halt Klicks auf jeden Fall Der größte Faktor halt davon ist Aber du musst doch Selbst wenn du Das kommt übrigens irgendwie sogar aus Russland Oder sowas Diese Szene Du musst doch da halt doch einfach merken Okay Die machen halt solche Videos Und das läuft Aber die machen halt Sex mit Kindern Also Jetzt so ungefähr halt Mein Gott hat natürlich ein bisschen anders Aber so sexualisierten Content mit Kindern So ich meine Da denkt man doch darüber nach Okay Vielleicht sollte ich das halt nicht machen Sondern die denken sich so Ja Digga nehme ich so Das heißt Da ist doch irgendwo schon Diese moralische Grenze Dass man sowas nicht macht Die existiert halt einfach gar nicht So Da muss man seinen Cringe überwinden Und macht es einfach Und ich glaube das läuft Und vielleicht läuft es dann Auf anderen Kanälen nicht so gut wie da Und das ist schnell gemacht Und das ist schnell verdient das Geld Das ist die einzige logische Erklärung für mich Also zu sagen Dass diese Leute selber pädophil sind Das ist wirklich eine Ziemlich krasse Wenn nicht sogar fast schon Strafbar Also eine Unterstellung Nein das ist es übrigens nicht Ich habe ja auch nur Nach der Fakten nach gesagt Vielleicht Ich habe ja nicht gesagt Dass das so ist Sondern dass ich mir das vorstellen könnte Das ist tatsächlich ein riesiger Unterschied Was schon strafbar wäre Ne das ist schon Boah Also ich verstehe Nochmal seine Kritik Aber das ist Das sind Dinge wo man Nach 8 Jahren Kuchentalks Auf jeden Fall drauf aufpasst Dass man da nicht mehr so rangenommen wird Das ist ne Nicht 12 oder maximal 13 Ich glaube nicht Dass man dann solche Videos Mit solchen Inhalten erstellen muss Wenn man Kinder erreichen Ja warum wackelt die Kamera so Ne muss man nicht Das stimmt schon Da hat er vollkommen recht Aber es ist einfach glaube ich Die finanzielle Motivation Das ist glaube ich das Ding Wenn ihr kleine Kinder machen wollt Dann ist das gar kein Problem Und wenn es einen Ladybug Hype gibt Dann hat auch niemand was dagegen Wenn ihr den mitnehmt Das ist gar kein Problem Aber dann macht doch einfach Ladybug Ohne diesen sexualisierten Inhalt Wisst ihr Ich bin halt nicht mal Minecraft Let's Player Aber warum macht man da nicht Zum Beispiel einfach Videos Ladybug kommt in eure Stadt Und sagt Jo hier ist ein Bösewicht Schichtkult schreibt gerade Mit einer Drohne von 3 Euro Ich will das nicht gut heißen Aber das Spiel Die Sims ist doch auch FSK 6 Und ich denke ihr wisst Was man im Spiel machen kann Es ist auch so ein Ding Also Aber Sims geht es ja nur mit Erwachsenen Ja ist das nicht richtig Wenn man Cool ich mach Pause Twitch läuft noch eine Sekunde Cool Aber man kann bei Sims Auch wenn es zensiert ist Und die Handlung findet ja trotzdem statt Der Outcome ist Es gibt ein Kind Ja ähnlich wie bei Petros Video Es ist FSK 6 Wahrscheinlich würde die FSK Das hier ähnlich raten Es kommt natürlich da Wortlaufen und Betonung an Das hast du bei Sims nicht Aber Sims spielen keine 8-Jährigen Ich persönlich habe Sims damals schon Mit 7 gespielt Das ist no joke Aber das ist auch immer wieder ein Unterschied Ich Ist schwer zu vergleichen Und nochmal Immer noch moralisch fraglich Aber für mich ist der Punkt Den er hier deliveren möchte Dass diese Leute pädophil sind Sehr 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 weit hergeholt Ihr sollt ihr helfen Den Bösewicht zu schnappen Irgend so ein Kollege von euch spielt Diesen Bösewicht Weiß weiß was ich Der hat ein paar Waffen Bazooka oder sonst irgendwas Dann kämpft ihr ein bisschen Rassenkeile Und dann hat irgendwer Und bei Sims sind es halt keine Kinder Das stimmt auch wieder Ja das ist auch wieder richtig Gewonnen Ladybug bedankt sich bei euch Und fliegt wieder weg oder so Ich meine das ist mir jetzt Aus dem Stand einfach random eingefallen Das steht nicht mal im Skript Und was fällt euch ein Höhö Nein ich hab die geschwängert Höhö Vor allem Petrit Mann Der ist halt irgendwie Mitte oder Ende 20 In den Kommentaren unter den Videos können sich aber genauso gut Pädos tummeln Ähm Da die Kinder eh schon auf sexualisierten Content anspringen Könnten die Pädos leicht Kontakts um die Kids erstellen Könnten Pädophile aber auch tatsächlich bei jeder Art Kinder Content machen Also das könnten sie sogar direkt bei Ladybug machen in den Kommentarbereichen Also das ist halt auch kein wirkliches Argument Das ist halt schon schwierig Könnten so Ist äh ja Und macht halt solche Videos Also sorry wenn das jetzt ein 18-Jähriger macht Okay der ist vielleicht noch nicht so reif Aber in deinem Alter sollte man eigentlich sein Handeln Ein bisschen mehr Bewusstsein haben Lassen können Top Satz Und so Das ist auch nicht mal der Einzige der das macht Dude mit Maske wird euch jetzt den nächsten YouTuber vorstellen Ja YouTube was gedacht seid ihr gut drauf oder was Macht mal ein bisschen Lärm ich will alle eure Er hat zweimal was gesagt Das hat mich gestört Ich fand den Anfang mal so ein bisschen so Hä Jetzt weiß ich auch warum Der hat zweimal was gesagt Eine absoluten Cringe Experience Darf aber auch nicht der gute Icky aka Hige fehlen Aber wie komme ich eigentlich darauf Dass es sich bei Icky um Hige handelt Schreibt man beim Hige in die Kommentare Wird diese nicht angezeigt Ist ja schon relativ eindeutig oder nicht Ja Ja Ist halt immer die Frage Ist das Proof Wenn man ehrlich ist Sieht auch der Avatar von Icky Hige ziemlich ähnlich Hinzu kommt natürlich noch Dass sich die Stimmen ohne Verzerren Oder komisches Geblubber Schon relativ ähnlich anhören Und in den Namen Hige Hier finden wir nämlich auch ähnlichen Content Immer freier nach dem Motto Rein in die Kimpossible Sind natürlich alles Digga Versteckte sexuelle Jokes Das ist schon richtig Also auch bei Spongebob und sowas Sind sehr viele Sachen Die man erst gettet Wenn man älter ist Das ist wirklich oft so Das ist auch oftmals ein Problem Was bei vielen Serien kritisiert wird Ne? Eine beferse Sachen Ich finde das halt lustig Also ich finde tatsächlich Bei Spongebob Das fände ich auch eigentlich so geil Dass die auch viele Jokes haben Die man zwar nur als Erwachsener gettet Aber die dann trotzdem Nicht irgendwie pervers sind Oder so Sondern das checkst du einfach erst Wenn du halt ATA bist Und äh Das feiere ich eigentlich immer voll Dass du es dir selbst Wenn du Erwachsen bist Noch mal anguckst Und dann so merkst Hä? Leute Hab ich gar nicht gegettet früher Überall zu verstecken Wie sagt man so schön Das liegt immer im Auge des Betrachters Oder nicht? Wenn man so ein Schmierlappen ist Interpretiert man ja Genauso ein bisschen solche Aussagen rein Ist richtig Aber es gibt auch Wie gesagt Es gibt tatsächlich bewiesene Fälle Wo das sehr sehr oft Ähm Sogar Teilweise Äh Nachspiele hatte Im FSK Rating und sowas Bei verschiedensten Kinder Das gab es So gerade Alkali und sowas Ganz viele Sachen Echt bei Alkali? Gerade US-amerikanischen Writern Bewusst Sehr sehr zweideutig interpretierbar Wie man das natürlich dann auslegt Ist immer eine Äh Ich hätte die alle so genommen Alter Damals Der eigene moralischen Naja Ihr wisst schon was ich meine Aber wartet ab Das wird noch offensichtlicher bei ihm Abgesehen von dem Ausschnitt Scheint er ja selbst Ziemlich auf solche Sachen zu stehen Alleine das widerliche Thumbnail von Acht krasse perverse Jokes In Kinderserien Spricht hierbei schon Bände Also dass er selber darauf steht Ist Bullshit Ich glaube das ist gar kein Proof Ein Proof ist Wenn diese Person Eine nachweisliche Historie dazu hat Und eventuell da wirklich Proofs mit Chatverläufen Oder weiß ich was sind Dann glaube ich das tatsächlich Ne Diesen sexuell Aber ich weiß nicht Digga Guck mal Also natürlich hat er an sich recht Natürlich wird Klicks für die Halt irgendwo das Wichtigste sein Ähm Aber ich mein zum Beispiel Diesen Icky Der muss ja irgendwie halt Drauf gekommen sein Jo Ich mach halt Videos Ähm Ähm wo es um sexuelle Handlungen In Kinderserien geht In Kinderserien geht Also er hat ja Da tausend Videos über Kim Possible Und so weiter gemacht Und da frage ich mich schon so ein bisschen Also wie kommt man erstmal Überhaupt da drauf Ähm Das Ganze zu machen Ähm Das ist schon mal das Erste Und äh Dann ist natürlich die Frage Es gibt doch tausend andere Dinge Womit man auch richtig gut Klicks macht Warum macht man dann gerade das Und warum befasst man sich dann So tiefgehend mit diesem Ähm mit diesem Content halt Sexuellen Ausrichtung hat Würde ich sagen Das ist einfach nur Ähm Ganz oft so Dass die Personen sich einfach denken Jo das ist jetzt easy Content Weil pubertierende Frühreife Kids Darauf tatsächlich Anspringen Das sind easy Klicks Die nice monetarisiert sind Ich gönn mir die Kohle rein Ich glaub das ist alles Was natürlich auch vollkommen verwerflich Also nicht in Ordnung Aber dann zu unterstellen Diese Person wäre Pädagogik Ja warte warte Man Ist nicht in Ordnung man Ist wirklich nicht in Ordnung Ist eine sehr 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 schwierige Kann Google Chrome mal aufhören Behindert zu sein Ich hab keine Ahnung Was war einem falsch gelaufen Digga ich hab doch Pause gemacht Der macht echt 6 Sekunden später Pause Was macht YouTube denn Hier hat irgendwas über KuchenTV Man merkt erst wie pervers Kinder sehen Wenn man Kinder hat Kids gucken TV Sind in den Haushalt Achso Ne doch nicht Jetzt mach ich Pause Jetzt geht's Jetzt mach ich Vollbild Go Pause Das ist absolut widerlich und pervers Vor allem scheint die gute Kim Es ihm ja regelrecht lang getanzt zu haben Weil der kleine Schlingel sie immer und Ja weil es aber auch immer und immer Video hier 400.000 Aufrufe Ja gut das eine aber nur 100k Weiß ich nicht Es hat ja auch immer wieder fett Views gemacht Klar ist das hier nicht in Ordnung Aber man hat ja auch gar keinen Vergleich Ob das jetzt viele Klicks sind oder nicht Aber man muss ja auch zugeben Natürlich solche Thumbnails und so weiter Das catcht immer Aber das hat nichts mit Kim Possible zu tun Also der hätte da auch Irgendeine rothaarige Geile Re-Life Tussi drauf machen können Und das hätte halt auch Mega viele Klicks bekommen Also ich glaub nicht Dass das irgendwas mit Kim Possible zu tun hat Und man hätte Genauso viele Klicks gemacht Wenn man Ähnliche Themen Über Re-Life Leute gebracht hätte Ordnung Aber Leute Es gibt halt auch Ganz ganz viele Pornos Glaub ich Mit Kim Possible Das ist halt irgendwie so ein Ding Dass Kids Sowas gezielt im Internet suchen Ich glaub nicht Dass Kids diese Kim Possible Pornos gucken Aber es ist jetzt einfach nur so dahingestellt Weil es halt eine Relatable Charakter Aus ihrem Leben ist Den sie halt kennen Durch die ganzen Serien Aber diese Leute Sind ja nicht zwangsläufig pädophil Wisst ihr was ich meine? Immer wieder in seine Thumbnails gepackt hat Vom Sucht er ja scheinbar Explizit nach solchen Bildern Schlimmer finde ich jedoch noch Das an S&M angelehnte Thumbnail Von das größte Danke, dich Leifer Kebil in Ehre Bist du nicht erst vor 10 Minuten Online gekommen in Twitch? Digga, ist ja grausam Krass Schauen wir einfach noch mal kurz In das Video da rein Denn Kim Possible ist so beliebt Es gibt wirklich von Fans und sowas Richtig gute Comics Und das Ja, die gibt es tatsächlich Und dann das größte Geheimnis sein Wo in seiner Intention lag Dass er das überhaupt ins Video gepackt hat Und warum er danach gesucht hat Tja, ich glaube das ist uns allen relativ klar Oder nicht? Ich finde der Punkt kommt auch nicht ganz rüber Also wenn den Dings nicht versteht Kann ich das verstehen Aber im Endeffekt Ist es ja kein Also wenn du sagst Das größte Geheimnis von Kim Possible Geheimnis ist ja etwas Was man halt für sich behalten möchte Quasi so ein Insider Wenn du in der Serie zum Beispiel So eine richtig krasse Verzweigung hast So ja, du willst beweisen Die ist adoptiert zum Beispiel Oder so Und dann hast du so 5 oder 6, 7 Dinge Oder so Ähm Wo du halt sehen kannst Okay, deswegen ist die halt Gedingst Und äh Genau, deswegen ist es Ist ja kein Geheimnis Dass es Pornos von dir gibt Weil das hat Erstmal ist es sowieso kein Geheimnis Weil es öffentlich im Internet ist Und zweitens hat damit ja auch an sich Kim Possible nichts zu tun Also nichts in diesem Serienuniversum Das gehört ja gar nicht dazu Das ist ja was Was außerhalb ist Das gehört ja so Das gehört ja nicht zur Serie Mal gucken was Rewe dazu sagt Bin ich mal gespeichert Gespeichert Da bin ich jetzt aber gespeichert Alter Ja, weil er damit einfach Klick gebatet hat Er hat einfach geklick gebatet Hat damit krass Tatsächlich Geld gefarmt Und hat das einfach Nur Gemacht Weil er damit Geld macht Ganz einfach Er hat das einfach Um's Hand mehr gepackt War ein widerlicher Klickbait Der nicht in Ordnung ist Aber er ist doch nicht Deshalb pädophil Sonst findet man auf seinem Kanal Auch gar nicht mehr So viele Videos Allerdings liegt hier auch bereits Der Beginn seines komischen Fetisches Elsa kommt ja bereits Auch hier schon einmal In seiner Videos vor Der Fokus liegt hier bereits Auf Charakteren Nach welchen vor allem Kinder suchen Und das ist maximal widerlich Und man kennt es so langsam Aber sicher ein gewisses Muster Aber um an die Kurve Zurück zum Kanal Ikki zu schlagen Ich hab mich ja bereits In meinem ersten Video Intensiv mit ihm beschäftigt Dort philosophiert er Mit merkwürdig blubbernder Verzerrter Stimme Über Babys reinspritzen Während er sich als Mario ausgeht Ich drehe den Hals um Von der Der dich mit Babys Vollgespritzt hat Überlegt euch doch einfach mal Vor allem Der dich mit Babys Vollgespritzt hat Ah ja Guten Abend Was? Dass er mit Absicht Immer irgendwelche Kindercharaktere In die Videos reinpackt Ja weil es halt Kinder sich das anschauen Der damit Geld macht Das ist glaube ich Ja weil er muss Kevjoferewi Das ja jetzt noch sagen Ja okay Er hat sich natürlich Auch die Frage gestellt Warum das Ganze überhaupt In meinen Minecraft stattfinden muss Ich denke dass das Relativ logisch ist Weil vor allem kleine Kinder Nach Minecraft Content suchen Ganz genau Das krasse ist Dass das wirklich In jeden einzelnen Gottverdammten Titel reinschreibt Aber auch solche Bilder Verwendet er gerne Meinen seinen Videos Aber Der Colt never bothered me anyway Ja ja okay okay Sehr 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 schwierig Hat er nicht eigentlich weiter um gesagt Dass er es komisch findet Dass Leute solche Kim Possible Comics machen Dann drehe ich doch einfach mal Die Frage um Warum suchst du dann gerade Nach solchen Bildern Vor allem ist der Spruch von Elsa Nicht nur zweideutig Sondern der verprügelt Ein Buchstäblich schon Die ganze Visage Mann Ich persönlich glaube Dass Icky ernsthafte Probleme hat Dem Aussehen nach zu Ja genau Er trägt eine Maske Maskenfetisch ist ganz klar Ja das ist halt Man muss da schon Differenzierter herangehen Und nicht voreingenommen Einfach jemandem Irgendwas ins Gesicht Throwen und sagen Du bist aber jetzt pädrophil Naja so Elsa ist ja 18 Ist der so Anfang bis Mitte 20 Und ich stelle mir dann die Frage Wie man dann solche Sachen Überhaupt noch bringen kann Er macht Geld auf dem Rücken Der Schwächsten unserer Gesellschaft Und das Schlimmste dabei Es handelt sich schon fast Um Softpornografie Ja die Handlung Wird ja nicht dargestellt Das ist auch nochmal Ein großer Unterschied Also es gab in den USA Da eine riesige Bannwelle Bei Elsa vs. Spider-Man Die am Pool miteinander schlafen Das ist nicht in Ordnung Und das ist genauso wenig in Ordnung Aber das halt Ich glaube ihr gettet meinen Punkt Ganz dünnes Eis an der Stelle Und ich persönlich glaube Dass es schon fast sicher ist Dass solch ein Content Auch pädophile anzieht Unter seinen Videos Tummeln sich nämlich Viele Minderjährige rum Und solche Leute Haben dann leichtes Spiel Um den ersten Kontakt herzustellen Ja aber auch ein Argument zu sagen Wenn ich jetzt einfach Ein normales Minecraft Video Hochleide Man kann ja genauso gut sagen Dass unter Epic Stunts Oder weiß ich nicht Ich muss jetzt gar keinen Namen nennen Unter jedem Kinder Video Es wäre eventuell die Möglichkeit Für Pädophile anzulegen Wisst ihr was ich meine Oder diese Kinder zu kontaktieren Versteht ihr was ich meine? Glaubt mir nicht Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen Dass so Pädophile halt eher Unter solchen Videos Halt noch zu finden sind Weil das halt auch was Mit ihrem Fetisch einfach zu tun hat Würde ich auf jeden Fall mal schätzen Ich weiß nicht Ich kanne die Szene vorher nicht Aber ich kann mir schon vorstellen Dass Pädophile halt da lieber Sowas gucken Weil das halt auch Eher in deren Dunstkreis ist Klar das geht unter jedem Video Aber ich denke mal Dass Pädophile einfach generell Eher unter solchen Videos Halt unterwegs ist Iggy kannst du mich Im neuen Video grüßen? Klar schreib deine Handynummer Schaut euch einfach mal Diesen Kommentar hier an Die Frage ist natürlich Ja das war jetzt ein Kommentar Das kann bei jedem passieren Das kann bei jedem passieren Das kann bei jedem Einzelnen YouTuber passieren Weil YouTube hat eine Sehr sehr durchwachsene Es ist safe Einfach bei einem Monte Video Guckt mal ein 7-Jähriger rein Und bei mir Ob das richtig oder falsch ist Nein das ist nicht richtig Aber trotzdem könnte das Da genauso passieren Ob das Absicht von Iggy ist Das kann man natürlich Extremst schwer beurteilen Jedoch müsste einem das doch klar sein Dass wenn man solche Videos bringt Auch solche komischen Menschen Auf die Videos klicken Dann weiß man doch auch einfach Was solche Videos im Endeffekt Bei Kindern verursachen oder nicht Vorbildsfunktion Absolut negativ Frühsexualisierung von Kindern Absolut positiv Bin ich bei ihm Bin ich bei ihm Da gebe ich ihm recht Wahrscheinlich möchte er mit seinen Videos Irgendwelche komischen Vorstellungen verarbeiten Und dabei gleichzeitig Geld verdienen Ich glaube es geht da nur ums Geld verdienen Nicht um irgendwelche Vorstellungen Im Endeffekt ist das für mich Eine der widerlichsten Sachen Die ich bis jetzt auf dieser Plattform gesehen habe Dann hast du noch nicht viel gesehen Hast dich mit der Thematik Leider Gottes auch noch nicht ausreichend Auseinandergesetzt Weil es gab wie gesagt in den USA Eine riesige Thematik Genau um diese Ja gut sagen wir in Deutschland In Deutschland ist es das widerlichste Um diese Dinge Von diesen beiden Prankbrudern Ich weiß nicht mehr wie sie heißen A3 hatte dazu Einen ganzen Streak an Videos gemacht Von wegen Elterman vs. Spider Dudu Fucky fucky am Pool Irgendwie sowas Ich mach grad Beintraining übrigens Das ist dann immer hoch und runter Das war mein Part zum Elsa Gate Haut rein Ein weiterer Kanal Der jetzt ebenfalls anfängt Solche Videos zu drehen Ist übrigens Lix Ich hab da auch mal ein bisschen so recherchiert Wer das denn sein könnte Und tatsächlich handelt es sich Bei diesem Kanal einfach um Rotpilz Und auch da übrigens Wieder genau das gleiche Also ich frag mich wirklich Ob ihr einfach nur dumm seid Oder einfach nur nicht nachgedacht habt Versucht mal bei dem Kanal Lix Rotpilz in die Kommentare zu schreiben Steht auf der Blacklist Aber Spark of Phoenix Paluten Petrit Und alle anderen Namen Kann man einfach reinschreiben Also merkt man selber nicht Wie unglaublich auffällig Das eigentlich ist Ja vielleicht ist das auch eine Sache Die einem peinlich sein könnte Was ich ein Stück weit nachvollziehen kann Aber auch hier klingen die Stimmen Halt wieder eins zu eins gleich Also das ganze rauszufinden Ist halt wirklich überhaupt gar kein Problem Junge reagiert gleich im Stream auf dich Auf welches Video denn Ich weiß doch nicht warum man so ein Content macht Aber niemand wissen darf Dass man das ist Weil es einem einfach mad ass peinlich sein kann Wenn man seine Stimme verstellt Und in Minecraft so eine Scheiße macht Und selber halt schon 25, 26 ist Ähm Ja gut aber das ist ja dann wieder auch das Ding Ich meine wenn dann das peinlich ist Dann sollte man vielleicht überlegen Okay wie könnte ich den Content ändern Dass es mir nicht unangenehm ist Das zu machen So ich meine guck mal das Ding ist ja Man muss ja einfach mal bei diesen Kanälen sagen Es ist ja wirklich vom Aufwand her Ist das ja wirklich absolut weg Ich glaube da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten Es geht nicht nur um den Inhalt Sondern einfach nur um die Arbeit Die da drin steckt Du nimmst halt wirklich einfach 10 Minuten auf Dann beendest du das Dann lädst du das hoch Das war's Da ist ja überhaupt kein Inhalt Oder sonst irgendwas drin Und wenn dir das peinlich ist Dann nimm dir doch einfach 10 Minuten mehr Zeit Mach wenigstens einen Ansatz von einem Script Und einer Story Und dann mach da ein vernünftiges Video Da muss dir das auch nicht unangenehm sein Also ich find's ehrlich gesagt Es ist für mich richtig beruhigend zu wissen Dass die jetzt nicht mehr unter falschen Namen Irgendwie da so ein Scheiß hochladen können Sondern jeder weiß um wen es sich da handelt Der Hauptgrund dafür Was wollt ihr damit erreichen Was wäre denn so schlimm daran Dass wir jetzt wissen Dass Licks Rotpilz ist Und Patrick dieser Dandy Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht Warum man das geheim halten möchte Ja bei dem Content ist das einfach peinlich Ganz einfach Das ist glaube ich der Grund Auch er fängt allerdings jetzt langsam an Sexualisierten Content durchzuladen Zum Beispiel Prinzessin Peach übernachtet bei mir Und dann dieser Thumbnail Ja ich Ich meine was soll das Diese Minecraft Szene Die da gerade aus dem Boden sprießt Ist halt wirklich Die ist nicht aus dem Boden gesprießt Die gab's wie gesagt in den USA Schon seit 3-4 Jahren Jungs In Deutschland Absolut ekelhaft Und einfach nur eine neue Community für Pädophile Und ich finde das sollten wir halt direkt unterbinden Und deswegen hab ich halt auch Wenn's einem peinlich ist Warum macht man das dann erst Weil das easy Geld ist Weil die Leute einfach für Geld glaube ich Über bestimmte Dinge hinweg schauen Und sagen ich mach jetzt hier mein easy money Und gut ist Und ähm Ach da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen Ist scheißegal Diese Videos gemacht Vor allem verstehe ich halt auch nicht Warum man zwanghaft Irgendwie alles sexualisieren muss Ich meine auf deren Kanälen Gibt's auch viele Videos Die halt normal sind Die ich auch meinen Kindern zeigen würde So an sich jetzt Warum macht man sowas nicht Sondern muss zwangsmäßig Alles sexualisieren Weil sexualisierter Content In jeder Altersgruppe Sex fucking sells Das ist so Das ist so Und wie reagiert gerade auf dich Über welches Video Richtig Stimm mich zu Richtig Und wollt ihr Erwachsene ansprechen Dann macht das vielleicht nicht in Minecraft Beziehungsweise nicht mit Charakteren Die zu 100% von kleinen Kindern geguckt werden Richtig Auch richtig Das ist einfach nur widerlich Okay, thanks, bye Ja Aber diese Guck dir an Gut, er guckt anscheinend Nicht so häufig meine Videos Wahr Guck dir an Wirklich Guck dir an Wirklich nicht Ich will jetzt sieht, Dass mein Video hier gedings wird Ja, soviel dazu Ich denke mal Mein Punkt Hat man da jetzt so ein bisschen Herausfinden können Verurteilt ist nach wie vor Aber Diese Dinge Die gesagt worden sind Gehen vielleicht ein Stück weit In die falsche Richtung Und diese Unterstellungen Sind vielleicht Wirklich mit Vorsicht zu genießen So, ja, aber gut Nein